Als markenunabhängiger Full-Service-Vermieter von Nutzfahrzeugen mit 50-jähriger Erfahrung in der Logistikbranche ist die GTT-Gruppe ein Experte auf dem Gebiet der Mobilitätsdienstleistungen und ihr starker Partner bei der Fahrzeugbeschaffung. Unter der Marke GTT bündeln wir das komplette Vermietungsgeschäft und sind mit Tochtergesellschaften in Dänemark, Spanien, den Niederlanden und in der schönen Schweiz persönlich für Sie da. Von der Sattelzugmaschine mit oder ohne Kompressor und Hydraulik über diverse Aufliegertypen, von 3,5 bis 18-Tonner Verteilerfahrzeugen über Kühlfahrzeuge bis hin zu BDF-Wechselbrückenfahrzeuge. GTT bietet Ihnen sämtliche Fahrzeugmodelle markenunabhängig an. Sie greifen dabei stets auf bestens ausgestattete und gewartete Fahrzeuge zurück. Denn wir kennen die Feinheiten, auf die es letzten Endes in der Praxis der Transportlogistik ankommt. Ob Miete, Leasing oder mit Option zum Kauf. Wir beraten Sie gern, welche Finanzierungsform und Dauer in Abhängigkeit von Ihrer Situation und Fahrzeugtyp die günstigste Variante darstellt. Eine schnelle und unkomplizierte Übergabe und Rückgabe sowie der hauseigene Hohl- und Bringservice sowie neueste Telematik-Dienstleistungen von Astrata runden das Paket ab. Das nennen wir 360-Grad-Fahrzeugbeschaffung. Und damit Sie auch immer im Falle einer Panne sorgenlos bleiben können, steht Ihnen und Ihren Fahrern eine 24-Stunden-Hotline zur Verfügung. Hierdurch garantieren wir Ihnen eine flächendeckende Verfügbarkeit gemeinsam mit unseren rund 4000 Partnerwerkstätten europaweit. Bei uns ist Redensilber und Machen Gold. Für uns sind gute Beziehungen wichtiger als der schnelle Euro. Nicht aneinander verdienen, sondern miteinander. Denn eine gute Partnerschaft ist letztlich die halbe Miete. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis über alle angebotenen Fahrzeugarten macht uns schließlich zu Ihrem starken Partner rund um Fuhrparkbeschaffung und Management. Benötigen Sie einen Fahrer mit Fahrzeug für das internationale Geschäft? Sprechen Sie uns an. Auch hier halten wir Lösungen für Sie bereit. Unser Ziel – Ihre Sorgenfreiheit.